Fat Prisoner Simulator Ich habe einen Key geschenkt bekommen für dieses Spiel Hast es mir gedownloadet, es kostet auch nur 79 Cent Und es sagt denke ich schon mal alles über die Qualität des Spiels aus Kürzliche Reviews, sehr positiv, es lohnt sich Hier, Best Games 2019, 10 von 10 Gut, dann würde ich einfach mal sagen, probieren wir mal den Fat Prisoner Simulator aus Die Story hinter dem Game ist, dass die Gefängniswärter bemerkt haben, dass die Gefangenen zu fett werden Und damit die mehr Sport machen, lassen die sie jetzt raus aus ihren Zellen und Fußball gegeneinander spielen Also, ich bin jetzt mal gespannt, das ist jetzt meine erste Runde Und ich glaube, es wird chaotisch Dieser Sound schon, Alter, was sind das für Sirenen Lol, welcher bin ich? Ah, wie geht die Steuerung? Also ich laufe mit WASD Lol, als ob, das scheint mein Tor zu sein, ich laufe zum Ball Hä, Allah Da liegt der auf dem Boden Lol, was passiert hier, was ist das für, ich seh nix Warum steht's jetzt 1-0? Äh Hallo? Was passiert hier? Also es sind 3 gegen 3 Hä? Jetzt haben die ein Eigentor gemacht Wo, warum Äh, hallo? Ich bin in der Zelle gewesen Äh Was passiert hier? What the fuck? Die schieben ja Tore ohne Ende Was passiert denn hier? Was? Das zählt auch als Tor? Äh, irgendwas geht hier Kräftig schief Äh, lol Der Werter, kann ich den unboxen? Ne Was machen die da? Okay, jetzt machen sie ein Tor Glaub ich Äh, ich will auch mal den Ball Es steht 4 zu 2 Und jetzt hab ich den Ball Jetzt hab ich den Ooooooooh 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 Jetzt hab ich den Ball Ooooooooh Ooooooooh Was für ein Tor Das war ein Messi-Freistoß, Alter Batz Oh, mich hat man umgeranzt Oh nein Was ist das? Oh, Tor 4-4 Ja Ich, ich versteh's jetzt voll im ganzen Spiel So, ooooh Batz Nein, ich hab ihm voll in die Wampe geschossen Oh Äh Stehst du bitte auf? Hallo Oh nee 5-4 Lauf Oh Mann Was macht er denn? Ich, äh, dieses Spiel Ich kann nicht rennen, wenn die in mich rennen Wer ist der Entwickler dieses Spiels? Ich muss sagen Also, ich mag ja Trash Games Weil die so wirklich verdammt crazy sind Kann ich mal sprinten? Okay Ah, in den Unterhosen Die sind Einen sind blau Die anderen sind rot Kann man da hinten die Treppe hochlaufen? Ich weiß es nicht Und jetzt Und Hello darkness, my old friend Was? Wieder da eingeknicktes, Alter Ich versteh's nicht Oh Gott Was ist das für ein Spiel? Hä? Knockt der gerade alle aus? Hä? Was passiert hier? Was? Hallo? Was macht ihr da? Äh, lol Das zählt jetzt als Tor, ne? Nein Ich bin Torwart Ich hab's Nein Schieß den Ball weg Oh Gott Steh auf Los Meine Güte, ey Dieses Spiel Ja Tor 5 zu 5 Okay Jetzt ist alles entscheidende Tor Batz Über die Bande Und Ja Also es steht 6 zu 5 Aber es geht bis ins Unendliche Aber über die Bande Batz Ah Macht's irgendeiner rein? Komm Irgendeiner muss es doch reinmachen Geht das im Multiplayer? Oh Wie der einfach umfällt Ich muss den da mal umboxen Da Tschüss Und jetzt Äh Nein 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 Oh Mann Oh Äh Das Das Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll Dieses Spiel macht mich fertig Wer zuerst 10 Tore hat, hat gewonnen Hab ich gehört Nein Nein Los, 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 los Und Ja 7 zu 7 Unglaublich Und jetzt mach ich Ein Tor Boah, aber ich steh im Weg Alter Was macht Was Ja, es steht 7 zu 8 Oh mein Gott Alla, alla Ich wehre den Ball ab Ich wehre ihn ab Oh mein Gott Nein Ich lieg da Ich steh auf Oh Gott, Mann Was ist das für ein Spiel? Oh Gott Ich bin der Torwart Ich lieg da Wir müssen noch 2 Tore machen Dann hat mein Team gewonnen 2 Tore Komm Den Box mal um Ja Noch 1 Tor Noch 1 Tor Noch 1 Tor Lauf, 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 lauf einfach zum Ball Lauf einfach zum Ball Und schieß Ja Wir haben gewonnen Wir haben eindeutig gewonnen Also mein Kommentar zu dem Spiel ist Uff Wie euer Kommentar zu diesem Spiel ist Das seh ich dann unter dem Video Schaut bei den anderen Videos vorbei Die waren nicht so verrückt wie dieses hier Bis dann Tschüss Dann 1 Turn 3